Der ist ganz klar! Weiter, du! Warum sollst du nicht rausgehen? Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Du warst Kürat von Pagan Min zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Sieht aus, als würde ich bleiben. Und jetzt! Was ist das? Nein, nein, nein! Ah! Ah! Ah!